Gut, dann können wir anfangen. Ich würde zunächst beginnen mit den Hinweisen zur 25. Sitzung des Stadtrats der Stadt Zwickau am Donnerstag, den 24. Februar, hier bei uns im Rathaus im Bürgersaal. Wie Sie wissen, gibt es eine Neufassung der Corona-Schutz-Verordnung. Trotzdem gelten weiterhin die Bestimmungen, dass unabhängig vom Ort der Sitzung die Pflicht zur Vorlage eines Impf-Genesenen- oder Testnachweises gilt. Sowie die Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch die Verantwortlichen. Auch die Massenpflicht in geschlossenen Räumen bleibt erhalten. Da gibt es nur die Ausnahme in § 21a. Und diese Regel gelten für Stadträte, Besucher, Medienvertreter, Beschäftigte gleichermaßen. Ein Abnehmen am Sitzplatz ist damit nicht möglich. Sollte es bei Wortbeiträgen gerade im Hinblick auf die Verständlichkeit erforderlich sein, die Maske abzunehmen, schlage ich Ihnen vor, dass wir dann auch ausnahmsweise so verfahren. Ich bitte außerdem darum, dass im Hinblick auf eine kurze Sitzungsdauer Rede- und Wortbeiträge nach Möglichkeit kurz gehalten werden. Und wir werden nach einer Stunde Sitzungszeit eine Pause einlegen. Des Weiteren gelten die üblichen Regularien, die wie folgt lauten, Bild, Film, Video und Tonaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet. Für das Rathaus insgesamt gilt, es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Mit Ausnahme von einfachen optischen Sehhilfen, wie zum Beispiel Brillen, dürfen sonstige optische Sicht- und Vergrößerungsgeräte, wie zum Beispiel Fernleser, nicht benutzt werden. Transparente Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus nicht verteilt oder ausgelegt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Im Zuschauerbereich des Bürgersaals, das heißt auf der Bürgergalerie, sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regelungen dienen dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewährleisten. Und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, gerade auch für die Zuhörer, ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Ich danke für Ihr Verständnis. Aus gegebenen Anlass möchte ich auch die aktuelle politische Lage nicht ganz unkommentiert lassen. Noch vor einem Monat haben wir an die Opfer des Nationalsozialismus und des damit einhergegangenen Krieges gedacht. Heute, einen Monat später, finden wir uns in der traurigen Realität wieder. Dass auf europäischem Boden ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf einen souveränen Staat gestartet wurde. Ich glaube, dass viele Menschen heute früh ungläubig und geschockt waren und uns das Datum des 24. Februars 2022 in trauriger Erinnerung bleiben wird. In Gedanken sind wir bei den betroffenen Menschen in der Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze. Krieg bedeutet Angst, Leid, Rückschritt. Im Besonderen denken wir an unsere Partnerstadt Volodymyr und senden ein Signal der Solidarität in die Ukraine. Dort, wo wir helfen können, werden wir unterstützen. Im Namen der Stadt Zwickau, der Menschen, die hier leben, reihen wir uns ein in die Forderung, den Angriff auf die Ukraine zu beenden, die Souveränität des Staates anzuerkennen und zu einem friedlichen Zusammenleben zurückzukehren. Ich denke dabei an Kinder, die mit Angst und Bedrohung leben müssen, an Frauen, die um ihre Männer, Kinder, Väter weinen müssen, an die vielen Lebensläufe, die nun durch Krieg auf unterschiedlichste Weise bedroht sind. Krieg kann nie die Lösung sein. Krieg hat keinen Gewinner. Das hat uns die Geschichte schon oft bewiesen. Nun möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben und damit den Opfern der kriegerischen Auseinandersetzung zu gedenken. Ich möchte mich bedanken und ich denke, dass das ein gutes Zeichen auch an unsere Partnerstadt ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, nun begrüße ich Sie zur Sitzung des Stadtrats der Stadt Zwickau und eröffne hiermit die 25. Sitzung des Stadtrates. Ich lasse herzlich von Herrn Lasch grüßen, dem es soweit ganz gut geht und ich glaube, er wäre auch gerne lieber hier. Ich stelle die ordnungsgemäße Einberufung zur heutigen Sitzung fest. Bisher sind 39 Stadträte erschienen. Der Stadtrat ist damit beschlussfähig. Bisher entschuldigt sind Herr Heinzig, Herr Hahn, Frau Brückner, Herr Forster, Herr Findeis, Frau Wöhl, Frau Fischer und Herr Schwarz. Frau Kühn kommt später. Und natürlich freue ich mich, dass wir heute auch wieder einen schönen Moment haben, in dem wir Stadtrat Herrn Dürr zu einem runden Geburtstag gratulieren dürfen. Vielen Dank. Des Weiteren komme ich zu Tagesordnungspunkt 1, die allgemeinen Regularien. Für die Unterzeichnung der Niederschrift schlage ich Ihnen Herrn Stadtrat Martin Wied von der Fraktion Die Linke vor und Herrn Stadtrat Wolfgang Wetzel aus der Fraktion SPD-Grüne Tierschutzpartei. Ich sehe keinen Widerspruch, somit ist das beschlossen. Ich mache auf das Mitwirkungsgebot gemäß § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung aufmerksam und bitte Sie, anhand der Tagesordnung zu prüfen, ob bei Ihnen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe vorliegen. In den Fällen, in denen bei einem Stadtrat Befangenheit vorliegt, bitte ich dies vor Beginn der Behandlung dieser Angelegenheit öffentlich mitzuteilen. Wir haben Ihnen die Niederschriften über die Sitzungen des Stadtrates vom 28. Oktober 2021, vom 25. November 2021 und vom 27. Januar 2022 zur Kenntnis gegeben. Einwendungen liegen mir nicht vor und somit stelle ich Kenntnisnahme fest. Die Fraktion AfD hatte für die heutige Sitzung eine Kurzdebatte zum Thema 04-Bart angekündigt und diese dann in die nächste Sitzung zum 31.03.2022 verschoben. Dies wurde uns per Mail am 22. Februar mitgeteilt. Am 22. Februar hat nunmehr die Fraktion CDU-FDP eine Kurzdebatte zum Thema 04-Bart beantragt. Auch darüber haben wir per Mail am 23. Februar informiert. Die erforderlichen Unterschriften wurden mir zu Beginn der Sitzung vorgelegt. Die Einordnung in die Tagesordnung erfolgt unter Tagesordnungspunkt 6. Gibt es Ihrerseits Einwände oder Anmerkungen zur Tagesordnung? Herr Dr. Böttcher. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt ein dringlicher Antrag der Fraktionen CDU, FDP, SPD, Grüne Tierschutzpartei, Bürger für Zwickau und Die Linke vor, der sich mit der Weiterführung der Partnerschaft zu unserer Partnerstadt Volodymyr beschäftigt. Ich bitte, die Dringlichkeit festzustellen aufgrund des heutigen Kriegsausbruchs. Der Sinn des Antrags ist, dass die Partnerstadt, unsere Partnerbeziehungen, trotz Krieg und Spannung weitergeführt werden mögen. Ich bitte, diesen Antrag dringlich festzustellen und in die Tagesordnung einzuordnen. Der Antrag liegt vor. Ja. Bitte, ich bitte Sie, zum Protokoll zu geben und würde diesen Antrag unter dem Tagesordnungspunkt 7.8 einordnen. Weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 2, Anfragen der Stadträte. Wir beginnen mit der Anfrage von Stadtrat Siegel. Herr Siegel. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte. Meine Anfrage bezieht sich auf die Einstiegssituation an Haltestellen der Straßenbahn. Und speziell auf Haltestellen in der Werderer Straße. Erfreulicherweise haben ja unsere städtischen Verkehrsbetriebe in den letzten Jahren Haltestellen für barrierefreies Aus- und Einsteigen umgerüstet. Auch sind weitere geplant für dieses Jahr. Aber die Haltestellen Brunnenstraße, Stadtein- und Stadtauswärts in der Werderer Straße, die von vielen Bewohnern der dortigen umliegenden Einrichtungen für betreutes Wohnen und Pflege, beispielsweise sei die SSH Zwickau Wohnheim Werderer Straße genannt, das Heim für geistig und mehrfachbehinderte Menschen, oder das ASB Pflegeheim und betreutes Wohnen in der Brunnenstraße. Des Öfteren kam es dort schon zu kleinen Unfällen und Stürzen, Verletzungen beim Ein- und Aussteigen, zuletzt am 2.2. Meine Frage, ist es möglich, die Haltestellen mit der Bezeichnung Brunnenstraße in der Werderer Straße zeitnah umzurüsten, beziehungsweise gegebenenfalls deren Umrüstung vorzuziehen? Sehr geehrter Herr Stadtrat Siegel, Ihre Anfrage möchte ich wie folgt beantworten. Die Haltestelle Brunnenstraße wird im geplanten Zielnetz durch Busse bedient, die das Zweiachsennetz, die Stadtbahn nach Umsetzung der Querspanne über die barrierefrei ausgebaute Bahnhofstraße führt. Daher ist auch ein barrierefreier Ausbau der Straßenbahnhaltestelle Brunnenstraße bislang nicht vorgesehen oder geplant. Eine mögliche Ausstattung mit Busboden fällt in die Straßenbaulastträgerschaft und kann nach Umsetzung des Zielnetzes realisiert werden. Die nächste Anfrage wurde von Herrn Andreas Wolf gestellt. Ich bitte um Frage. Frage. Saggarte Frau Oberbürgermeisterin, saggarte Stadträte. Am 1. Februar 2022 wurde in der Freien Presse unter der Überschrift 27 Kommunen nutzen Förderung berichtet. Diese Kommunen profitieren vom Bundesprogramm zukunftsfähiger Innenstädte und Zentren. Dafür stehen vom Bund 25,7 Millionen Euro zur Verfügung und bis 2025 stehen 250 Millionen bereit. Weiter wird aufgeführt, in Sachsen erhält Leipzig mit 4,8 Millionen Euro das meiste Geld. Chemnitz bekommt 3,1 Millionen Euro, Plauen 2,7 Millionen Euro und die relativ kleine Stadt Limbach-Oberfrohnau 2,2 Millionen Euro. Die viertgrößte Stadt Sachsens, Zwickau, ist in dem Artikel leider nicht erwähnt. Da war ich sehr erstaunt. Daher folgende Fragen. Bekommt Zwickau ebenfalls Geld aus dieser Förderung? Zweitens, wenn nicht, warum? Drittens, hat sich Zwickau bemüht und dafür einen Antrag gestellt? Und viertens, wer ist in der Verwaltung der Stadt Zwickau verantwortlich für die Beantragung und Beschaffung der ortscher Fördermittel? Danke. Sehr geehrter Herr Wolf, Ihre Anfrage möchte ich wie folgt beantworten. Mit dem 22. Juli 2021 vom Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat veröffentlichte Projektaufruf Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren waren Städte und Gemeinden aufgerufen, dem Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung bis zum 17. September 2021 in einer Ideenskizze Projektvorschläge für innovative Konzepte und Handlungsstrategien zur Stärkung der Resilienz und Krisenbewältigung zu unterbreiten. Das Bundesprogramm soll eine Vielzahl von Projekten und guten Beispielen zur Entwicklung der Innenstädte und Ortskärme hervorbringen, die dann in Städten und Gemeinden unterschiedlicher Größe und Ausgangslage angewandt werden können. Dem ist die Stadt Zwickau gern gefolgt. Unter Federführung des Büros für Wirtschaftsförderung hat die Stadt Zwickau termingemäß eine umfangreiche Interessensbekundung mit dem Projektthema Zukunftsfähige Innenstadt Zwickau Transformation zu resilienten, smarten, multifunktionalen und lebendigen Innenstadt durch zukunftsweisende Innovationsfelder, Innovationen und zukunftsstraffende permanent Reallabore sowie vielfältige Kooperationen eingereicht. Für die Umsetzung des Programms hatte das BMI das BBSR beauftragt. Der Projektaufruf sah vor allem die Förderung konzeptioneller Maßnahmen vor, mit denen die Weichen für eine nachhaltige Innenstadt, Zentren und Ortskernentwicklung gestellt werden. Mit denen die aktuellen Problemlagen vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur baulich ad hoc, sondern mit langfristiger Perspektive angegangen werden. Um jedoch schnell mit kreativen Ideen und neuen Partnern auch akute Leerstände zu beheben, werden förderseitig, anteilig, auch baulich in investive Maßnahmen unterstützt. Die zentralen Stadtbereiche sollen damit als lebendige und attraktive Orte für Handel, Gewerbe, Bildung, Kultur, Wohnen oder Freizeit weiterentwickelt werden. Wie uns nach Prüfung der eingereichten Unterlagen mitgeteilt wurde, ist der Projektaufruf insgesamt unter den Kommunen erfreulicherweise auf sehr großes Interesse gestoßen. Die positive Resonanz auf dem Projektaufruf zeigt den prinzipiell hohen Handlungsbedarf in den Innenstädten. Sie belegt das große Potenzial an guten Ansätzen und Ideen, die in vielen Städten vorhanden ist. Im Rahmen dieses zur Verfügung stehenden Budgets konnten allerdings nicht alle Projekte berücksichtigt werden. Das Projektteam Zukunftsfähige Innenstädte und Zentrum des BBSR im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bedauerte in einer schriftlichen Mitteilung vom 27. Dezember 2021 auf Nachfrage des Büros für Wirtschaftsförderung an die Stadt Zwickau, dass die eingereichte Interessensbekundung keine weitere Berücksichtigung im Verfahren finden konnte. Obgleich die in der Interessensbekundung der Stadt Zwickau enthaltenen zukunftsweisenden Projektansätze aktuell im Rahmen dieses Förderprogramms keine mögliche Förderung erfahren, werden wir nichtsdestotrotz diese positiven Ansätze zielstrebig im Rahmen unserer Vorhaben und Initiativen zur Innenstadt- und Zentrenentwicklung weiterverfolgen. Sie hatten noch eine weitere Anfrage, Herr Wolf. Ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar am 20. Januar war ebenfalls in der Freien Presse zu lesen, Bestattungsdienste sollen einen Neubau erhalten. Im Haushalt taucht dafür das Vorhaben mit 510.000 Euro auf. Zudem muss noch ein passendes Grundstück gefunden und erworben werden. Ziel soll die Pietätfälle und moderne Anleihstelle für Hinterbliebene sein. Das ist alles natürlich noch nicht durch die entsprechenden Ausschüsse des Stadtrats gegangen. Aufgrund eines persönlichen Trauerfalls könnte ich im vergangenen Jahr Einblick in die dazeitigen Räumlichkeiten im Verwaltungszentrum nehmen. Ich hatte keineswegs den Eindruck, dass diese unzureichend oder pietätlös sind, sondern meiner Meinung nach völlig angemessen. Es geht ja dadurch nicht um schöner Wohnen, es geht einfach nur um Arbeitsplätze. Dazu meine Frage. Zudem lässt es die derzeitige finanzielle Lage der Stadt Züge einen Neubau zu errichten, der einschließlich des Erwerbs eines Grundstücks sicherlich die Millionengrenze erreichen wird. Zweitens ist es zielführend, stadteigene Räumlichkeiten leer zu ziehen und ungenutzt zu lassen. Oder steckt hinter dieser Planung Absichten, die dem Stadtrat Züge nicht bekannt sind? Danke. Sehr geehrter Herr Wolf, auch diese Anfrage möchte ich wie folgt beantworten. Die Bestattungsdienste Zwickau sind ein Betrieb gewerblicher Art. Sie finanzieren sich selbst durch ihre Einnahmen. Dazu gehören auch alle notwendigen Investitionen. Der städtische Haushalt wird nicht zusätzlich belastet. Die finanziellen Mittel aus den Einnahmen dürfen auch nur zweckgebunden oder wieder eingesetzt werden. Sie stehen für andere Projekte nicht zur Verfügung. Für den Bau des Gebäudes wurde eine sehr umfangreiche Standortprüfung auf ausschließlich stadteigenen Grundstücken durchgeführt, sodass ein Erwerb nicht notwendig ist und keine zusätzlichen Kosten dafür anfallen. Die Bestattungsdienste sind derzeit im Haus 4 im Verwaltungszentrum zur Miete untergebracht. Die Räumlichkeiten entsprechen in ihrer Größe und Ausstattung nicht den gegenwärtigen Anforderungen. Mit sehr hohem Engagement gleichen die Mitarbeiterinnen diese Defizite aus. Der Aufenthalts- und Wartebereich für die Hinterbliebenen befindet sich auf dem Flur, der auch als Zugang zu anderen Dienststellen und Ämtern genutzt wird. Die Räume selbst sind renovierungsbedürftig, notwendige Reparaturen und Instandhaltungsleistungen, unter anderem im Fußbodenbereich, wurden mehrfach aufgeschoben. Nach Auszug können die Arbeiten ausgeführt und der Bereich für andere Dienststellen, von denen bereits Bedarf angemeldet wurde, bereitgestellt werden. Ein Neubau für die Bestattungsdienste Zwickau ist seit Jahren im Gespräch. Das Haus 4 im Verwaltungszentrum war von Anfang an eine Übergangslösung. Es soll nun endlich eine moderne und pietätvolle Anlaufstelle mit kurzen Wegen zur Regelung aller Bestattungs- und Friedhofsangelegenheiten entstehen. Die Mitarbeiterinnen aller Bereiche rücken enger zusammen und somit sind die Arbeitsabläufe viel besser und effektiver zu koordinieren. Die nächste Anfrage wurde von Stadträtin Telz gestellt. Frau Telz, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Arndt, sehr geehrte Stadträte, zwei Fragen habe ich. Die erste, die monatlichen Stadtratssitzungen werden durch TV Westsachsen, Television Zwickau GmbH aufgezeichnet. Dort kann man in einer Mediathek sämtliche Sitzungen ansehen. Meine Fragen, werden diese Aufzeichnungen noch an anderer Stelle archiviert und sollte oben genannte Mediathek nicht mehr existieren, wer hat dann die Rechte an den Aufzeichnungen? Sehr geehrte Frau Telz, die Stadtverwaltung erhält von und nach jeder Stadtratssitzung einen entsprechenden Mitschnitt, sodass diese unabhängig von Television Westsachsen dauerhaft vorhanden sind. Ihre nächste Frage, bitte. Gut, dann die zweite. Immer wieder bekomme ich Anfragen von Bürgern, wieso die Hundesteuer so hoch ist in Zwickau. Gerade in dieser pandemischen Situation ist es für ältere, alleinstehende Menschen mit geringer Rente wichtig, eine Aufgabe und einen Lebensmittelpunkt zu haben. Natürlich gilt das auch für Hundehalter. Die Hundesteuer in Zwickau ist aktuell 120 Euro für den ersten Hund. Bei zwei Hunden beträgt der je Hund 156 Euro, bei drei Hunden pro Hund 168 Euro und für sogenannte Listenhunde je Hund 720 Euro im Jahr. Leider ist diese Steuer nicht zweckgebunden, sondern dient der Finanzierung kommunaler Aufgaben. Meine Fragen, wie viele steuerpflichtige Hunde sind in Zwickau angemeldet? Wie hoch sind die jährlichen Einnahmen durch diese Steuer und für welche Zwecke werden diese Einnahmen verwendet? Danke. Sehr geehrte Frau Tels, Ihre Anfrage möchte ich wie folgt beantworten. Zum Stichtag 1. Januar 2022 sind in Zwickau 3.609 Hunde gemeldet. Die jährlichen Einnahmen sind leicht schwanken. Die Steuerfestsetzungen bewegten sich in den letzten fünf Jahren zwischen 444.000 und 471.000 Euro. Wie Sie bereits zutreffend ausgeführt haben, sind Steuereinnahmen nicht zweckgebunden. Daher gehen Sie in den Gesamthaushalt der Stadtswickau ein. Konkrete Verwendungszwecke können aus diesem Grund nicht genannt werden. Die nächste Anfrage wurde von Herrn Mario Seifert eingebracht. Ich bitte Herrn Seifert um Vortrag. Sehr geehrte Frau B. Werte Stadträder. Meine Frage, die erste Frage, konnte standen durch einen Bürgerhinweis. Die Frage lautet, warum wird die ehemalige Bushaltestelle gegenüber Franz-Maring-Straße 63 bzw. neben der Franz-Maring-Straße 52 nicht mit in die Parkzone auf den Fußweg einbezogen? Eine Versetzung des Parkverbotsschildes Richtung Kreuzung-Belbözer-Straße würde ausreichen. Sehr geehrter Herr Seifert, diese Anfrage möchte ich beantworten. Bei der von Ihnen benannten Fläche handelt es sich nach Auskunft des Garten- und Friedhofsamts um einen Ersatzstandort für eine zukünftige Bepflanzung mit einem Straßenbaum. Aus diesem Grund wurde von einer Ausdehnung des Parkens auf diesen Bereich abgesehen. Sie hatten eine weitere Anfrage? Meine zweite Anfrage ist eigentlich eine Nachfrage zu einer OB-Anfrage. Kurze Erläuterung dazu. Vor der 4. Sächsischen Landesausstellung 2020 wurde der Bahnhofsvorplatz kurzfristig und kostengünstig teilweise aufgewertet. Bei dieser Maßnahme, finanziert aus Fördermitteln zur Landesausstellung 2020, wurde eine digitale Informationsdoppel installiert. Meine Fragen waren in der ersten Anfrage, wer für gezeigte Inhalte verantwortlich ist und ob die Stadt durch dort gezeigte Werbung einnahm hat. In der Antwort stand, ein Teil der nicht kommerziellen Inhalte stand aus dem redaktionellen Umfeld von Comedia Concept. Doch im nächsten Satz wurde eine kommerzielle Nutzung ausgeschlossen. Diese Sätze widersprechen sich. Meine Fragen, wieso wurde bzw. ist eine kommerzielle Nutzung ausgeschlossen? Warum können ortsansässige Firmen oder Einzelhändler aus unserem Stadtkern dort nicht werben? Sehr geehrter Herr Seifert, auch diese Anfrage möchte ich beantworten. Die beiden von Ihnen benannten Sätze widersprechen sich zwar nicht grundsätzlich, können aber ohne nähere Erläuterung zumindest irreführend sein. Daher möchte ich Ihre Anfrage für die heutige Sitzung des Stadtrats nachfolgend beantworten. Erstens, einen Teil der nicht kommerziellen Werbung steuert die Firma Comedia Concept selbst bei, den anderen nicht kommerziellen Teil die Stadt Zwickau. Die Stadt weist auf eigene kulturelle Veranstaltungen und aktuelle Geschehnisse aus der Verwaltung hin, wie zum Beispiel Weihnachtsmärkte, Jugendbeiratswahl und so weiter. Die Comedia Concept steuert für seinen Teil unter anderem Wetterinformation oder aktuelle Corona-Hinweise bei. Es handelt sich also hierbei um zwei Bestandteile, welche beide nicht kommerziell sind. Errichtet wurde die Anlage von der Firma Comedia Concept auf eigene Kosten und ist demnach nicht mit Fördermitteln zur Verschönerung des Bahnhofsvorplatzes untersetzt. Sie unterhält die Anlage mit der ursprünglichen Zielsetzung zur Bewerbung der 4. Sächsischen Landesausstellung BUM im Jahr 2020. Damit eine Nutzung der Anlage auch nach dem Ende der Landesausstellung realisiert werden konnte, erteilte die Stadt Zwickau die Baugenehmigung vorläufig bis zum Abschluss der Planung und Durchführung der Komplexbaumaßnahme Bahnhofsvorplatz. Danach wird erneut geprüft, ob man am jetzigen Anlagenstandort festhält. Eine kommerzielle Nutzung der Anlage würde den bestehenden Werbenutzungsvertrag mit der deutschen Plakatwerbung verletzen. Daher ist die Nutzung durch die Firma Comedia Concept auf das Bereitstellen von Stadtinformationen und allgemeinen Informationen beschränkt, welche keine kommerziellen Ziele verfolgt. Die nächste Anfrage wurde eingereicht durch Herrn Stadtrat Otto. Ich bitte Herrn Otto, bitte. Ja, ich zitiere auch wieder mal aus unserer Heimatzeitung der Freien Presse. Die ist ja sehr informativ und da kommen auch dann Sachen zutage, die auch manchmal nicht so toll sind, wie zum Beispiel, dass das BUS-Digitalfunknetz in Wilke-Hasslau wohl sehr schlecht funktioniert. Das ist also das, wo die Katastrophenschutz, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, sagen wir mal, ein unabhängiges Netz haben, um im Extremfall, sagen wir mal, autark, sagen wir mal, die Verbindung und Versorgung aufrecht zu erhalten. Und da sieht es doch wohl mit dem Netz nicht so toll aus, also der Empfang ist schlecht. Und da das, sagen wir mal, nicht so weit weg ist und Zwickau naheliegend ist, würde mich interessieren, ob wir in Zwickau ähnliche Probleme haben und wie da auch der Sachstand ist, sagen wir mal, bei unserer Feuerwehr und bei unseren Einsatzdiensten. und wenn es da Probleme gibt, ob man da schon was unternommen hat oder was da auf dem Weg ist, um das zu verbessern. Sehr geehrter Herr Aarhus, Ihre Anfrage zur Funktionsfähigkeit Digitalfunkfeuerwehr möchte ich Ihnen gerne beantworten. Gestatten Sie mir vor der eigentlichen Beantwortung eine kurze Einleitung zum Sachverhalt. Mit dem Digitalfunk, welcher Ende der 2000er Jahre deutschlandweit eingeführt wurde, arbeiten alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, abgekürzt BOS. Dazu gehören neben der Feuerwehr auch die Polizei, die Hilfsorganisationen, welche im Rettungsdienst tätig sind, der Zoll und so weiter. Somit sind alle BOS bei Problemen mit dem Digitalfunk in einem gewissen Bereich betroffen, nicht nur die Feuerwehr. Doch nun zu Ihren Fragen. Frage 1. Haben die Feuerwehren von Zwickau, sowohl die Freiwilligen als auch die Berufsfeuerwehr, ähnliche Probleme bei ihren Einsätzen? Mit dem Digitalfunk wie die Freiwillige Feuerwehr von Wilka Haslau. Im Stadtgebiet Zwickau stellen zwei Digitalfunkbasisstationen die Funkversorgung sicher. Damit ist gewährleistet, dass der Digitalfunk für alle Einsatzfahrzeuge sichergestellt ist. Probleme sind dahingehend nicht aufgetreten. Auch für die Einsatzkräfte mit Handsprechfunkgeräten ist damit der Empfang im Digitalfunknetz gegeben. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, so steht den Einsatzkräften eine Rückfallebene zur Verfügung, welche auch ohne Netzempfang zwischen den Funkgeräten untereinander die Kommunikation ermöglicht. Dies ist eine routinierte Handlungsweise, da es der Digitalfunk so vorsieht. Im Gebäude erfolgt die Kommunikation bei der Feuerwehr immer direkt zwischen den Funkgeräten. Ohne die Nutzung des Digitalfunks. Somit kann es in dem Fall nicht zu Problemen kommen. Frage 2. Wenn ja, was wurde von der Verwaltung veranlasst, um den schlechten Empfang zu verbessern? Wenn die Feuerwehr Probleme mit der Digitalfunkversorgung feststellt, wird dies an die dafür zuständige autorisierte Stelle Digitalfunk Sachsen gemeldet. Das Feuerwehramt ist diesbezüglich im regelmäßigen Austausch mit der autorisierten Stelle und es wird dort im Rahmen der Netzerweiterung geprüft, ob in der Stadt Zwickau eine weitere Digitalfunkbasisstation gegebenenfalls notwendig ist. Dies korrespondiert auch mit der Funkversorgung über das Stadtgebiet hinaus, beispielsweise in die Nachbarstadt Wilka-Hassler. Wir kommen zur nächsten Anfrage von Herrn Stadtrat Elsen. Frau Oberbürgermeisterin, danke fürs Wort. Meine erste Anfrage richtet sich zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Für den 15. März ist bundesweit die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht avisiert. Das bedeutet de facto ein Berufsverbot eines Teiles der in Medizin und Pflege Beschäftigten. Inzwischen positionieren sich immer mehr Landräte und Bürgermeister in Sachsen gegen die Einführung. Dazu meine Fragen. Erstens. Hält die Oberbürgermeisterin im Falle der Durchführung des Gesetzes die Funktionsfähigkeit des Klinikums Zwickau, der vielen ambulanten Praxen und der Alten- und Pflegeheime für weiterhin gegeben und welche Prognosen liegen ihr von den Leitern der Einrichtungen diesbezüglich vor? Zweitens. Ist die Oberbürgermeisterin bereit, sich schützend vor Mitarbeiter und Patienten zu stellen, um den Vollzug dieses Gesetzes außer Kraft zu setzen, im Sinne der Aufrechterhaltung eines intakten Gemeinwesens? Sehr geehrter Herr Dr. Elsel, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Fragen an den richtigen Stellen platzieren würden. Weder die Oberbürgermeisterin noch die Stadt Zwickau sind Gesetzgeber, verantwortliches Landesministerium oder ausführende Gesundheitsbehörde. Ein, wie Sie formulieren, außer Kraft setzen des Vollzugs ist uns daher aus formalen Gründen nicht möglich. Selbstverständlich bin ich mir bewusst, dass für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in Heimen, in Praxen und an anderen Stellen es einen hohen Grad der Verunsicherung gibt und dass gerade diese Mitarbeiter in der letzten Zeit viel geleistet haben. Dafür haben alle meinen vollen Respekt und auch meine Anerkennung. Nach Aussage des Sächsischen Sozialministeriums vom 18. Februar wurden zunächst ermessensleitende Vollzugshinweise zur Anhörung an die sächsischen Landkreise und kreisfreien Städte versendet. Dabei soll auch eine Rolle spielen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Wörtlich heißt es, der Ermessensspielraum ist so zu nutzen, dass die Versorgungssicherheit der betroffenen Einrichtungen nicht gefährdet wird. Dort möchte ich anfügen, dass wir auf diese Vollzugshinweise sehr lange gewartet haben und es ein wichtiges Signal gewesen ist, dass dort die Versorgungssicherheit einen hohen Stellenwert hat. Ich gehe also davon aus und erwarte, dass die Impfpflicht mit dem entsprechenden Augenmaß umgesetzt wird und wir sind regelmäßig im Austausch sowohl mit dem HBK als auch mit der SSH und eruieren die Situation und lassen uns berichten, wie die Umsetzung möglicherweise sein wird. Danke für die Antwort, die mich nur teilweise befriedigt. Denn in meiner Anfrage war, liegen Ihnen spezielle Prognosen vor? Und diesen Teil der Frage haben Sie mir nicht beantwortet. Es liegen keine konkreten Prognosen vor. Die konkreten Zahlen werden bis spätestens zum 15. März an das Gesundheitsamt gemeldet und erst danach kann man überhaupt abschätzen, wie viele Mitarbeiter sind tatsächlich betroffen. Es ist sicherlich so, dass es eine gewisse Anzahl ist, die bisher geschätzt 20, 25 Prozent umfasst. Ob dadurch eine Gefährdung der Versorgungssicherheit alleine gegeben ist, das kann ich nicht beurteilen, denn entscheidend ist, wie die Gesundheitsbehörde damit umgehen wird. Und da handelt es sich um einen etwas längeren Prozess. Das sind jeder einzelne Mitarbeiter, ist dann ein eigenes Verwaltungsverfahren und da wird auch nicht am 16. März ein Mitarbeiter vermutlich mit einer Verweisung rechnen. Dort müssen wir auch abwarten auf das, was geschieht. Mein Wunsch ist und meine Hoffnung ist, dass die Behörden das mit Augenmaß machen und lösungsorientiert arbeiten und wir nicht dahin kommen, dass jemand seine Arbeit verliert, denn wir sind auf die Mitarbeiter angewiesen. Sie sind ja wichtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Herr Dr. Elsel.